Standard & Poor's Corporation ist eine international bekannte Kredit-Rating-Agentur. Sie entstand 1941 aus der Verschmelzung der US-amerikanischen Unternehmen H, V und M, H, W, PORCO und Standard Statistics Büro. Seit 1966 ist S und M, P eine Tochtergesellschaft von McGraw-Hill. Kernbereich der Gesellschaft ist die Bewertung und Analyse anderer Wirtschaftsunternehmen, Banken und Staaten hinsichtlich ihrer Bonität. S und M, P ist die dominierende Rating-Agentur neben den kleineren Unternehmen Moody's und Fitch-Ratings, die zu den großen drei zählen. Außerdem erstellt S und M, P zahlreiche Aktienindizes der amerikanischen Börsen und Rohstoffindizes. Neben der Zentrale des Unternehmens in New York City gibt es 38 Standorte an Finanzplätzen in aller Welt, davon sieben in Europa. Darunter auch in Frankfurt, Marktposition. Die großen drei beherrschen 95% des Weltmarkts. S und M, P dominiert den Weltmarkt mit 40% Marktanteil. Die Umsatzrendite von S und M, P lag im Jahr 2011 über 40%. Nach eigenen Angaben haben S und M, P und Moody's im Jahr 2009 über eine Million Kredite beurteilt. Mit dieser Aufgabe waren etwa je Agentur 1000 Analysten befasst. Die Agenturen stellen den Emitenten der Schuldverschreibung je Beurteilung drei bis vier Basispunkte in Rechnung abhängig von Emissionsvolumen. Neben der Preisgestaltung von einzelnen Emissionen gibt es ein Preismodell für Großunternehmen und Banken, die häufig Darlehen aufnehmen. Eine Art Flatrate, die Einnahmen erscheinen gering, aber es ist die Masse, die die hohen Gewinne erbringt. Das Ergebnis wird zusätzlich durch die geringen Kosten befördert, die die Ratingagenturen vor allem in ihrem kleinen Personalbereich haben. Rudolf Hickel nennt die drei Ratingagenturen eine private Lizenz zum Geldscheffeln. Ratings der Bonität Standard und Empores verwendet folgende Ratings, die sich nicht wesentlich von den Beurteilungskriterien der anderen beiden großen Ratingagenturen unterscheiden. Als Investment geeignet A zuverlässige und stabile Schuldner, höchste Qualität. A gute Schuldner, etwas höheres Risiko als A. A wirtschaftliche Gesamtlage ist zu beachten. BBB Schuldner mittlerer Güte, die momentan zufriedenstellend agieren. Nicht als Investment geeignet BB sehr abhängig von wirtschaftlicher Gesamtlage. B finanzielle Situation ist notorisch wechselhaft. CCC spekulative Bonds, niedrige Einnahmen des Schuldners. CC wie CCC, C wie CCC, CA ausstehende Zinszahlungen, SD Zahlungsausfall in einigen Bereichen. R unter regulatorischer Aufsicht, möglicherweise selektiver Zahlungsverzug, Ausfall in Zukunft. D in Zahlungsverzug, Nummer keine Bewertung. Die Ratings von AA bis CCC können durch Plus oder Modifiziert sein, um die relative Stellung innerhalb eines Ratings anzuzeigen. ZB AA plus AA, BBB plus. Anleihen mit Ratings unterhalb von BBB werden als Junk Bonds oder High Yeak Bonds bezeichnet. Sie versprechen einerseits sehr hohe Renditen, andererseits ist die Ausfallquote höher. Anleihen dieser Art werden ZB von Schwellenländern. In der Fachsprache Emerging Markets, emittiert aber auch von mittelständischen Unternehmen, welche über eine solche Anleihe immer noch weniger Zinsen als für einen Bankkredit zahlen müssen. Möglich ist auch das Anleihen eines guten E-Mieten, denn während der Laufzeit seiner Anleihen mehr oder weniger drastisch herabgestuft wird. Es ist zu beachten, dass ein Rating lediglich ausdrückt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Unternehmen oder Staat seinen Kapitaldienstverpflichtungen nachkommen wird. Es ist keine Kaufempfehlung. Die Zweiteilung der Ratingstufen in Investmentgrade und Spekulativegrade ist jünger und zu einem gewissen Grad willkürlich. Vergleichstabelle der wichtigsten Ratingagenturen Verschiedene Skalen werden für die Ratings verwendet. Einen Überblick über die Skalen der führenden Agenturen anhand anerkannter Vergleichstabellen gibt nachfolgende Tabelle S&MP-Indizes. Das Unternehmen veröffentlicht folgende Aktien- und Rohstoffindizes-Kritik. Aufgrund des großen Einflusses der Ratingnoten auf das Tun und Lassen vieler Marktteilnehmer werden die verwendeten Methoden zum Teil äußerst kritisch betrachtet. Anlässlich der Herabstufung der USA hatte zum Beispiel das US-Finanzministerium reklamiert, dass S&MP 2 Billionen US-Dollar nicht berücksichtigt habe. Die Börsenaufsicht Säckle leitete 2011 eine Untersuchung der Rechenmethoden ein. Angeblich aufgrund eines Computerfehlers hat S&MP irrtümlich eine Meldung über die Herabstufung Frankreichs verbreitet. Am 6. Dezember 2011 sorgte S&MP erneut für Schlagzeilen, als man eine Meldung zur drohenden Herabstufung von 15-Euro-Staaten veröffentlichte. Unter anderem müsse Deutschland mit dem Verlust seines A-Ratings rechnen. Experten kritisierten das Vorgehen der Ratingagentur, da die Meldung bei verschiedenen Marktteilnehmern bereits die Runde machte. Noch bevor S&MP sie offiziell veröffentlichte, einzelne Händler hätten so einen unfairen Informationsvorsprung gehabt. Trotz des negativen Ausblicks für die 15-Euro-Länder Anfang Dezember kam es nicht zu einer dauerhaften Verteuerung von Schuldtiteln der Eurozone. Im Januar 2012 senkte Standard und M-Purs die Kreditwürdigkeit von 9-Euro-Ländern, darunter auch Frankreich und Österreich. Die beiden Länder wurden von der Bestnote A auf A-A plus herabgestuft. Prognosen, also Voraussagen auf die Zukunft, basieren stets auf Daten der Vergangenheit, die extrapoliert werden. Nicht nur wegen methodischer Fehler oder Rechenfehler sind Fehlprognosen möglich, es können unvorhersehbare Ereignisse eintreten. Die das Wirtschaftsgeschehen beeinflussen. Der Rating-Agenturen wird ebenso wie grundlegenden volkswirtschaftlichen Theorien vorgeworfen, dass sie ökonomische Großkrisen, so die andauernde Finanzkrise von 2007 nicht haben, kommen sehen. Kritiker bemängeln insbesondere, dass die Schlussfolgerungen aus mathematischen Modellen nur jene Voraussetzungen spiegeln, welche in die Modelle eingeflossen sind. Schwarze Schwäne, als Metapher für Unvorhergesehenes, würden häufig in den Modellen nicht berücksichtigt. So der Finanzmathematiker und Philosoph Nassim Nikolas Taleb. Ewald Nowotny, Chef der österreichischen Nationalbank, kritisierte am 12. Januar 2012 im Fernsehsender ORF. Standard und Empor sei sicherlich sehr viel aggressiver und sehr viel politischer als die anderen Rating-Agenturen. Das ist ja eine politische Aktion, wenn in einem Schlag ganz Europa heruntergeratet wird oder zumindest eine negative Perspektive erhält. S&MP erhöhte seine Gebühren im Frühjahr 2012 kräftig. Im April 2012 protestierten zwölfe deutsche Konzerne, Bayer, Continental, Daimler, Lufthansa, Deutsche Post, e. Orn, Henkel, Linde, RWE, Siemens, VW sowie der Familienkonzern Bertelsmann dagegen in einem offenen Brief. Verurteilung in Australien wegen irreführender Bewertungen. Am 5. November 2012 verurteilte ein Bundesgericht in Australien Standard und Empor ist gemeinsam mit der niederländischen Großbanker BN Amro und dem Finanzdienstleister LGFS zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe von 30 Millionen. Australische Dollar wegen irreführender Bewertungen von Finanzprodukten. Ende 2006 hatten mehrere australische Kleinstädte für 16 Millionen. Australische Dollar-Kreditderivate, Constant-Proportion-Dead-Obligations, von ABN Amro mit der Bestnote A, gekauft. Trotz der Versicherung von LGFS, dass das Verlustrisiko bei unter einem Prozent liege, verloren die Gemeinden. Die mehrheitlich vom Bergbau und der Landwirtschaft leben über 90 Prozent ihres investierten Kapitals. Der Präzedenzfall könnte auch zu Prozessen in Europa und den Vereinigten Staaten führen. Standard und Empor kündigte an, Berufung gegen das Urteil einzulegen. Das US-Justizministerium hatte im Februar 2013 Klage gegen Standard und Empor eingereicht. Wegen der Vergabe zweifelhafter Bonitätsnoten für Ramschanleien aus der US-Immobilienkrise muss Standard und Empor insgesamt 1,5 Milliarden Dollar zahlen. Das Unternehmen teilte am 2. Februar 2015 mit einem Vergleich mit dem US-Justizministerium, 19 Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington geschlossen zu haben. Die Ratingagentur legt auch jetzt Wert darauf, dass sie keine Gesetzesverstöße zugegeben habe. Belege Wissen, wem gehören die Ratingagenturen? 17. Januar 2012 Abgerufen am 23. April 2012 HTTP www.standardtempors.com About SP Key Statistics on EU Übersicht der Standorte auf der Homepage von Standard und Empors Rudolf Hickel zerschlagt die Banken S. 100 Ökon Verlag Berlin 2012 ISBN 97834302014144 Rudolf Hickel zerschlagt die Banken S. 102 Ökon Verlag Berlin 2012 ISBN 97834302014144 VGL ZB Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Konkordanztabellen Abgerufen am 12. November 2014 Moody's Rating Symbols und M-Definitions Abgerufen am 12. November 2014 Standard und M-Pors Standard und M-Pors Ratings Definitions Abgerufen am 12. November 2014 Fitch Ratings Definitions of Ratings and I-Forms of Opinion Abgerufen am 12. November 2014 Börsenaufsicht ermittelt gegen S&M-P Handelsblatt 14. August 2011 Die vermeintliche Herabstufung der französischen Kreditwürdigkeit hatte am Donnerstag Ängste vor einer Verschärfung der europäischen Schuldenkrise geschürt. Französische Staatsanleihen verbuchten kurz danach die größten Wertverluste seit Einführung des Euro. Auch an den Aktienmärkten in den USA und Europa löste die Nachricht Kursverluste aus. S&M-Pinnen Computerfehler als Grund für Ratingpanne Reuters Deutschland 12. November 2011 Http www.ftd Die Finanzen, Märkte, Anleihendevisen, Top Rating ASP tut es schon wieder Schrägstrich 60138714.html S&M-P downgrades Österreich, Frankreich, Italien, Spanien und weitere Staaten betroffen bei Wirtschaftsblatt At 13. Januar 2012 Franks und Solicität Long-Term Ratings Lorto AA Plus Outlook Negative bei Standard Imports Com 13. Januar 2012 Austrias Long-Term Ratings Lorto AA Plus Outlook Negative bei Standard Imports Com 13. Januar 2012 Credit FAQ Factors Behind the OR Rating Actions on Eurozone Sovereign Governments Standard und Emports Pressemeldung 13. Januar 2012 A.B. Olaf Storbeck Fundamentalkritik Wie die Finanzkrise die VWL auf den Kopf stellt In Handelsblatt 14. Januar 2010 Nassem Nikolas Taleb Der schwarze Schwan Hansa Wirtschaft 2008 ISBN 9783446415683 Spiegel D. 13. Januar 2012 Standard und Emports startet Rundumschlag gegen Europa Spiegel Die deutsche Konzerne rebellieren gegen Rating-Riesen Präzedenzfall Standard und Emports erstmals für irreführende Ratings verurteilt bei Süddeutsche D. 5. November 2012 Standard und Emports muss USA Milliardenstrafe zahlen bei ORF Österreich am 3. Februar 2015